Willkommen hier zum nächsten Video. Also, das Aufnahmen läuft und das Stream läuft auch. Also, let's go, ne? Ich muss den Ring rausholen, Pascal. Ich werd grad wo ganz anders hingeflogen, ne? Wohin willst du? Du bist geflogen. Ich werd da hingeflogen, wo Maximilian angezeichnet hat. So. Hier funktioniert alles, aber... So, der erste Kill. Der erste Kill hab ich. Ich auch. Oh! Oh mein Gott, nein, jetzt schon wieder den gleichen Scheiß voll wie gestern. Ja, Mann. Ich hab' den gleichen Stelle... Hört schon mal grün sein, wenn er noch so verfacht. So, komm, 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 komm. die schule so dann hallöchen sascha was geht ab was geht was geht ist was ich cool finde wir sind ja gestern auch hingegangen und haben direkt ich hab schon ein sieg geschafft danke schön sascha für dein team herz das ist ja okay kommen wir hätten mir keine waffe wo hat jemand ja habe ich komme 15 ja du haust ja ab Maximinian hier bleibt er Maximinian durch Gegner gestorben oder wie oh mein Gott ja platz ist kommen boom 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 Boooommmm Dankeschön Gruppe Ja, ja, das kommt schon mal... Ja, jetzt kommt der dritte... Hier bei mir ist es echt gut geworden, oder? Wir sind auch auf YouTube unterwegs, aber nur darüber haben wir die Videos, vielleicht schauten wir nicht über das Video jetzt. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Jetzt habt ihr gesagt, ich muss nicht abgehen. Ja, ich bin gut, ich weiß jetzt. Was ist hier eigentlich? Ja, lasst du kurz drauf. Jetzt haben wir vier. Jetzt haben wir einen Aufenthalt, ich habe einen Aufenthalt. Jetzt haben wir einen Aufenthalt. Wir sind jetzt hier. Ja. Wir haben einen Aufenthalt. Aber die Leute? Vielleicht ist es doch nicht jetzt weg. Einfach ein bisschen gut, oder? Ja, ich verstehe mich nicht. Wer hat die Wur? Ich hab die Wur. Ich hab die Wur. Okay, mit dem augekensiert macht es. Dem muss ich hier noch eins brechen. Und wir haben die Wur. Ach ja komm. Komm. Das war hier. Ach da, komm. Da ist dann über die. Das war du doch. Nein. Ich hab einen langer. ja 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 das war die also gut ja 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 dann sind wir alle und sei dir was glaubt was glaubt der Chat gewinnen wir die Runde oder verlieren wir die Runde hier vorne wird geschossen die Leute komm mal hier runter ziehen wir wir müssen ganz ganz schön mit sein ja ich sag's nochmal woher 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 wenn die da sind sind die auch alle dort liegen mein Gott ich hab's gesagt ich hab's gesagt Hilfe Hilfe ich komm doch schon über dir weil ich mich so schnell gemacht habe ich bin abgemutzt Prozent dauernd Nee ich bin unten hm ich hab mich da auch verbeugt wieder wie immer Ja, das war. Wie immer. Ja, ich halte mich jetzt auch mal. Da kommen schon wieder welche, oh mein Gott. Es sind ja noch. Wolltest du gerade sagen, es sind ja noch ein paar Leute. Ja, ich habe aber schon gekillt, deswegen. Dreh nichts mehr down. Nee, nee, voll okay. Ey, wer hat mich hier zugebaut? Kommt hier mal bitte. Dankeschön, Dankeschön für die ganzen Geschenke. Danke. 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 Ich weiß. Danke. 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 Lea, ich hab was zu essen für dich. Essen. Essen. Rüber, 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 rüber. Die Leute, die sich trauen, rüber. Ja, genau. Hat jemand Medikett für mich? Ja, ich hab ein Fisch. Oh, ich komm nicht drauf. Hier oben. Ja, ich hab ein Fisch. So eine Zone, schnell. Ja, ich hab ein Fisch. In der Vier. Ja, ich hab ein Fisch. 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 Und das in der ersten Runde. Bum, 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 bum. Und obwohl ich noch mal Aufgabe gemacht hab. Oh mein Gott. Liebe Leute, ja, das war's mit dem... Ja. Ersten. Mit der ersten Runde, mit dem ersten Video. Wir schauen direkt rüber ins...